Heiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheiheihei Bumsen, Bumsen, Spitzen, Spitzen, heidi, heidi, ho! Und wer wurde diese verleeren Arken gefunden? Der wurde maximal Teil mit der Welt erkannt. Schluss! Beckenbauer, und denkst du, das ist diese Existern wirklich? Diese Arken? Herr Hitler, ich wurde dir diese kleinen Tiemnissen verreiten. Ich weiß, wo sie finden sich. Hä? Bubka! Was ist der Korridor Stalin? Wie du bist? Wie ist diese Arken? Wie ist diese Arken? Korridor Stalin? Ich habe einen kleinen Tiemnissen verreiten. Wunderbar! Wasser, krasiva ja! Wie ist die Arken? Wie ist die Arken? Bubka, wir gehen auf die Arken! Das ist meine Arken! Da, feia, a padpisana ja? Unter Slaiben, meine! Maja! Oh nein! Verkaputt machen meine Arken! Noe? Nein du Idioten, Nemo! Noe, das ist nicht Arka Noego? Nein du Idioten! Arka Noego ist Fradomie! Beckenbauer, wir fahren zum Brachhaus! Heil Hitler, mein Herr, Heil Hitler! Kaputt meine Damen, kaputt! Sing Heil, mein Herr, Heil Hitler! Kaputt meine Damen, kaputt!